Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich die drei Echo Blister aufmachen. Wir hatten ja schon mal die von Penny. Da war ja auch eine Goldkarte drin. Also ich hatte jetzt bis jetzt in fast dem Opening eine Goldkarte. Finde ich ganz cool. Leider immer nur dieselbe. Hier haben wir auf jeden Fall vier Garantierte. Also in jedem Pack eine. Eine haben wir davon schon aufgemacht. Das waren die Klontruppler hier hinten. Wir haben vier Booster. So, dann würde ich sagen, packe ich die so weit aus, dass wir an die Booster rankommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da haben wir die einzelnen Stapel. In dem ersten war drinnen Darth Vader und Luke Skywalker. Die LE 19 als limitierte Goldkarte. Finde ich ganz cool, diese Duo Karten. Im zweiten hatten wir Obi-Wan Kenobi und Darth Maul. Die LE 20. Und im letzten hatten wir Yoda und der Imperator. Darth Sidious. LE 21. Und dann würde ich sagen, öffnen wir nacheinander jetzt die Booster. Und ich drück mal mit die Daumen, dass wir da eine Goldkarte drin haben. Zumindest in einem. Wäre echt cool. Hier haben wir Anakin Skywalker. Dann ein Sandtruppler. Hier haben wir Poe Dameron. Ballspiele als Comic. Eine Puzzlekarte mit Leia und R2-D2. Und eine Puzzlekarte mit Poe und BB-8. Oh, ist sie hübsch. Hier haben wir eine Twin-Karte von Leia Organa. Dann Kerstin Endor und Lucen Wheel. Han Solo. Und den TIE Interceptor als Fahrzeug. Den finde ich irgendwie cool. Dann Verrat auf Cloud City. Das Set. Und eine Comic-Karte. Dann kommen wir zum nächsten. Da wird schon mal nicht gespoilert, was drin ist. Finde ich fast gut. Hier haben wir eine Ultra-Karte von Kylo Ren. Und einmal die Ritter von Ren. Als CIS-Karte. Dann haben wir Thala Duris. Dann den mandalorischen Krieger Silber. Eine weitere Comic-Karte mit Darth Vader. Und ein Puzzleteil mit dem Starfighter von Anakin. Dann sind wir beim letzten. Na, da sind wir auf Peg angekommen. Auch zumindest aus dem Blister. Da haben wir C3PO in foil. Mace Windu. Thala Duris und Net 8. Oder Net B. Stimmt, B war das. Dann Padme. Eine Kunstkarte. Reva als Kunstkarte. Und ED-Training auf Dagobah. Das Diorama. Als Set. Dann fahren wir uns mal ins zweite Blister. Hier haben wir D0 als Twin-Karte. Dann Sturmtruppler-Team. FN-FIN. Oder besser gesagt FN-2187. Das Fahrzeug quasi. Der B-Wing. Eine Comic-Karte mit Luke Skywalker. Und ja, jetzt kommen wir nicht auf die Namen von den Viechern. Ist ja auch egal. Und hier haben wir eine weitere Puzzle-Karte mit ein paar mehreren Charakteren. Mit dem obersten Anführer. Yoda, den Pogs glaube ich. R2-D2 und Landro. Dann geht's weiter. So, was haben wir denn hier? Chewie als Volkhürte. Dann haben wir General Maximilian Wears. Okay, wir haben keine Rückseite. Cassian Andrew. Ich hab mal geguckt, ob da auf der Rückseite auch irgendwie ein Logo drauf ist. Weil das war ja in der letzten Serie ein bisschen ärgerlich. Dann Chewie als Kunstkarte. Und Angriff auf der Dark-Truppler als Set. Bis jetzt noch nichts Voll-Goldenes. Mal gucken, mal gucken. Hier haben wir Reva, die dritte Schwester. Dann den Mandalore Schneekrieger in Braun. Hier haben wir True-Gen. Irgendwie sowas. Ein Ritter von Rennen. Eine Puzzle-Karte mit einem Sturm-Truppler. Ein weiteres Puzzleteil mit Yoda. Und Boba Fetts Starship Slayvon, wie ihr es nennen möchtet, als Fahrzeug. Dann kommen wir zum letzten Booster aus dem Display. Na, schade. Der fünfte Bruder ein Feul. Da haben wir dann einen Todes-Truppler. Dann Ahsoka Tano. Eine Comic-Karte mit Sturm-Trupplern. Eine Kunst-Karte von Darth Vader. Und eine von Mando, von Din Djarin. Das war dann auch schon Blister Nummer 2. Gehen wir jetzt in den dritten. Da haben wir das erste Pack. Da haben wir den fünften Bruder. Als Testkarte. R2-D2 und C3-PO. Immer diese verdrehten Karten. Ein kleinesüßen Java. Reva. Der Nelly-Training auf Dagobah. Das Diorama als Set. Und ein Puzzleteil mit Lando und Boba. Kommen wir jetzt zum zweiten aus dem Blister. Quasi 3.2. Da haben wir General Gives in Feul. Dann ein Schnee-Truppler. Da haben wir einen Cist-Truppler. Flucht vom Todesstern als Set. Eine Comic-Karte. Und BD1 als Set. Da sind wir schon beim vorletzten. Vorletzten. Sowohl als auch. Bis jetzt noch nichts Goldendes. Enttäuscht mich nicht. Hier haben wir Shavas Opress. Äh, Cist-Karte. Vergessen. Dann Sturm-Truppler der Ersten Ordnung. Riva, Dritte Schwester. Die Mandalorische Schmiede. Den Starfighter von Obi-Wan Kenobi. Und die Kunstkarte von R2-D2. Mal gucken, bringt das letzte Pack uns Glück? Ich möchte eine weitere Goldkarte haben. So wie die hier. Die haben wir im letzten Opening mal gezogen. Davon gibt es noch drei weitere. Ich habe leider nur Luke. Bis jetzt zweimal. Hier haben wir Gugu als Goldkarte. Äh, als Ultrakarte, Entschuldigung. Dann Finn als Twin-Karte. Hier haben wir Jane Urso. Dann Luke Skywalkers Lanspeeder als Fahrzeug. Überfall auf Ferax. Oder Ferax. Als Set. Und den Snoe-Speeder als Fahrzeug. Zu allerletzt. So, die habe ich jetzt noch falsch gelegt. Zack. Das ist die Ausbeute von heute. Zumindest die Karten aus allen Boostern von heute. Ich weiß nicht, ob ich da bestimmt doppelte Zwischenhaben habe. Garantiert. Leider keine Goldkarte. Aber beim nächsten Mal. Ich werde ja weiter in den Shorts diverse Booster aufmachen. Könnt ihr gerne reinschauen. Playlist verlinke ich euch im Abspann. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen soweit. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017